Also ich will ja nichts sagen, aber der Ditschen ist gerade ausgetreten und ich will euch mal zeigen, was man nicht alles findet im Park. Ihr wisst, an diesem Tisch wird nicht gelogen, das ist nicht von uns, 100% nicht von uns, ich schwöre. Aber er wollte gerade hierhin pinkeln und dann sieht ihr hier einfach ein Versteck. Da liegt einfach mal eine Flasche Goldkrone und eine Flasche Cola, ein bisschen Gras drüber. Das lassen wir aber mal hier liegen, es sind ja keine Mopser, ihr wisst Corona und so, aber wer versteckt das da, wer lässt das da liegen? Ich meine, das war doch nicht mehr viel, das hätte man doch austrinken können oder mitnehmen können. Was ist passiert, dass derjenige es nicht mitnimmt, sondern versteckt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, komische Sache. Einfach mal random durch den Stadtpark gelaufen und schon mal Ostereier gesucht. So muss es sein. Frohe Ostern! So, und wer dachte, im Stadtpark war schon alles, der weiß, an Ostern ist die ganze Stadt verzaubert. Jetzt sind wir gerade durch die Cari das Gas gelaufen. Und was findet man hier? Guckt euch das an. Da steht einfach mal ein Becher Mascarpone, Bruder, einfach auf dem Fensterbrett, random. Und den haben wir nicht hingestellt. Ich schwöre, in dieser Cari das Gas wird nicht gelogen. Mal gucken, ob wir noch mehr finden. Ich glaub's nicht. Das war's auf jeden Fall. Frohe Ostern allen. Geht schön raus. Eier suchen oder geht rein. Eier suchen. Im Kühlschrank sind bestimmt noch welche. Gönnt euch auf jeden Fall. Jo, das war's von unserer Seite aus, wie gesagt. Frohe Ostern. Bleibt gesund. Tschüss. Ach ne, peace out Vorhaut. Peace out Eierhaut. Ja, das wird immer schon wieder pappé aus. Sag mal, das gibt doch nicht, ne? Jetzt hab ich mich schon zweimal verabschiedet oder einmal, ich weiß es nicht. Jetzt wollten wir eigentlich gerade den Rocket Leader machen, also den Cliff auf der Suche. und laufen hier rein. Und was steht da? Ditschen, aber was steht da? Auf dem Fensterbrett. Einfach mal, hm, noch was zum Mittagessen. Ihr seht, es ist Ostern. Überall tun die Leute ihre Sachen verstecken. Geht mal raus, grabt mal alles mit. Nehmt euch nen Sack mit. Alles richtig heftig. Wie gesagt, frohe Ostern immer noch. Mal gucken, ob man noch was findet. Oh, da vorne hängt ne Zeitung. Hey. Nein, das ist Spaß natürlich. Ich sag nochmal, peace out Vorhaut. Euer Ramses. Wenn wir nichts mehr finden, ansonsten frohes Sein.